Eigentlich hätt ich so ein New Kids da so reinschreiben müssen Ich posten die Ergebnisse immer auf Insta, ne? Kein Problem, dass wir jetzt verlieren Waren die jetzt echt, ja? Ja, ja Geil Putz ich nö, Klatsche Wie meint die Arnds? Ist ja jubel, beruhigt mal Nennst du mir im Spomb, er vergisst es nicht Spricht dich mit der Reläne ab Ist ein Bomber, Bruder Abgeschworen Suchen uns, Entschuldigung Ladungen erlangt Das Zielobjekt zerstören Einer, es geht gegen die Arnds, ich hab' ich weg Einer, on Bomb, mega low, ist nach hinten gerückt Einer ist schon hinten bei uns durch A, Scope Einer ist hinten mit dem Flugzeug Im hinteren Teil bei der Treppe hier Oh mein Gott, einer so dumm und stellt sich genau vor mich Der Andere, hat mich, ist auf Flugzeug, on Bomb Bombe ist hinten im Flugzeugteil Ja, chill, warte, chill, warte Der Scope ist schon irgendwo auf A Hinten bei uns ist Vaughn Hoag Oh du bist schade Kommen, 1v1 Es ist nur noch ein Feind übrig Die Missionszeit läuft aus getting ketки Wie schnell kommt denn der bei uns im Spawn durch, Digga? Muss er aber nur A-Deutsch nehmen Nee, nicht durch A-Deutsch Ja, der ist scheich am gelben Container durch Mitte auf A-Deutsch Ja, das ist der A-Deutsch Schönen Bomber, let's go Fast noch, Dingsum macht die A-Deutsch Du gehst jetzt wieder mit dem Flugzeug mit hoch, ne? Ja, alles klar Komm, Jungs Scopers hinten, spawn Oh, bei mir Links, die gefangen haben Da ist er noch durchgegangen, Bomber Hinter dir Hast du ihn? Das ist One-Shot Ah, Bomber, der Helfer Pass auf dir, Grenate Ich hab einen Gehitted-Roperstruth Da ist einer, da ist einer One-Shot Was, ey, Hedwitsch in dem Dings Einer ist A, One-Shot Schade Oben Flutzeug Hedwitsch in dem Dingsum Ja, Dekker Hey Bomber, äh, gib mal Prädix rein Hey Jungs, wir müssen mal, wir müssen mal bitte ruhiger spielen hier, Alter Ne, ich konnte gerade nicht weiter hinten bleiben Und ich musste mit Dings in der Höhe bleiben, Jungs Scheiß, das auf der linken Flank Kannst du sonst voll vergessen, Alter Hedwitsch 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 Heid Heid Und um Flugzeug Und um Flugzeug immer noch So, ich planten Ja Um Flutzer ist down, hab ich Oh ne, der chillt am Ende von den Stairs So, Romy, geh mit rein Der liegt da Am, äh, neben dir, Bomber Der war nicht Chill, chill, chill Romy, geh mit rein, Dekker So, 3 auf 1, komm Jungs Geh planten Es ist nur noch ein Feind übrig Komm hoch Über Flug ich sehe dich gar nicht und habe ich danach noch gut er habe ich erst gesehen als er aufgestanden ist muss ich ehrlich gestehen alles gut alles gut also ich war eben flugzeug habe ich mein kapital kick raum ist keiner ja und unter dem flugzeug er hat keine chance gehabt alter kann ich sagen 200er ping angeblich kann nicht sein das waren drei leute in diesem flugzeug was denn noch mal geht und das flugzeug bitte einfach von hinten ab ladungen erlangt ich habe sowieso hinten eigentlich nur gechillt und gewartet sag ich mal rechts auf jeden Fall noch immer bei dem erst mal ein triple gemacht bruder da ist noch einer letzter und dann habe ich noch einmal mit der granate gut war dann sieht man das noch schock ich selber oder einfach ein vierer digga uff junge hätte ich in letzter bekommen richtig geiler ist gewesen war war einfach flugzeug ich mache das sicher ich bin die ganze die in der ecke ich bin nur ich warte im ziel so eine flugzeug was geht es jetzt im kleinen rum rechts abschillen scopa ist hinten scopa ist hinten einer steht im kleinen rum der steht schön einer links das ist one shot gut ist oben einen habe ich noch einer oben ich gehe hoch ich gehe hoch scopa ist dead ja ich bin auch auf der b-bombe ich bin auch auf der b-bombe ich bin auch bei uns zwei noch leute zwei noch leute in hinten in spormer polz oh chill jungs die müssen kommen die zeit ist unser feind einer ist hinten a mitte hier stimmen wir noch boah ihr flügel einer ist rechts bei mir Arlon einer habe ich ist der letzte schön dicke gute arbeit euch für einen weiteren einsatz bereit aber ihr leckt nicht oder nö ich wollte das an meine freundin schicken aber passt schon ist nur ist nur wann ich damit ich weiß wann ich den clip hatte und das dann in ruhe machen kann wieder ein mit dem text kult und um flugzeug noch one shot der steht aber wieder eine schöne granate gewesen alter das ziel objekt bewachen ich smoke in mitte ich bin ich bin ich bin ich bin unbomb also bei b mitte zwischen dem flugzeug links ist komplett offen was da los rucksack habe ich auch oder was aber dafür dass die 200 finger angeblich haben droppen die mit zwei kugeln geführt alle ziel objekte beseitigen auch mein gott dicke habe ich habe noch einen der letzte war jungs es ist nur noch einer übrig kommst du bin ich plänte du bist der letzte operator beende die mission bombe platziert position halten nichts ich muss das von hinten kommen wird ich hätte auf die bombe gehen sollen sorry er hätte hier gezeigt ich habe den kopf gesehen aber ja das war mein streak das ist das ist ein zett sei froh dass ich ein vernünftiges visier benutze die zielobjekte beschützen schon wieder sein text alter was war los das war nicht weil der name nicht angezeigt worden ist ich habe aufgehört dann ist es erst bis was gedroppt richtig merkwürdig anders links habe ich letzter spielzeit es ist nur noch ein feind übrig glaube ich die missionszeit läuft aus chill da chill einfach da du siehst bombe von da links bei mir glaube ich denn es jungen du schießt auch immer bevor die leute nein das sieht bei euch so aus ich schwöre alter das wurde mir so oft gesagt das sieht bei euch anscheinend immer so aus spiel eigentlich nur mit rucksack bruder mit rucksack oder spielen wir alle maps durch mann naja die wollen am liebsten die wollen am liebsten ja ich habe auch gesagt wenn timmels online ist wenn timmels kann wie gerade geschrieben hat in der gruppe dann kann der rösten was der kommt doch jetzt nicht online zum hosten bombe bist du lost ja doch gerade in der gruppe schön dass er da wäre weil er gerade das bild gesehen hat du kunde junge mann tschuldig schon mal er wird aber nicht hosten ohne mitzuspielen der will doch kein tv ich verspreche dir dass timm keinen tv macht so was haben wir noch da haben wir denn noch für mapbomber allerdings hier am crossroads und was haben wir noch genommen jetzt hier ich warte jetzt nicht bis dem lobby offen hat ich hoste jetzt durch ich habe keine probleme ja wieso du hast ja im prinzip das recht eine mehr von dir und eine mehr von denen laut ziger regelwerk zu machen ich will jetzt wissen was wir spielen wenn nichts anderes man muss nur spielen machen gern wissen ja die wollen aber holst das wirst weg sind ach die können mich am arsch lecken wir haben host recht junger dann jetzt nicht flanken die können ihre maps selber aus sondern ist gut ja wir haben alle keine probleme also alle das stimmt bei mir läuft so richtig deine sicherliche faxen machen wir haben keine anderen aus ja er hat seine der nummer nicht ja ich denke ihr kennt euch ja von der cw suchgruppe aber mit der keinen kontakt schick dir mal deine nummer ja digga diese ich wechsele jetzt kein post ja aber ich habe nichts zu melden aber sollst du das bitte klaren ja weil ich hab da auch kein bock auf die diskussion digga dann starte ich einfach ist mir auch egal die sind nur zufurt die spin sind zuviert digga ich spreche nicht wenn du mir seinen namen schickst wenn ich nicht so eine nummer hab ihr seid doch in einer party dann klärt es doch bitte kurz ja sagst du wir haben geklärt junge lass einfach jetzt die hosten ich habe jetzt keinen bock hier rum zu streiten wieso digga das ist doch alle kalate recht digga man hat jeder hat ja aber weissbild geschickt darf wenn 200 ping haben und wir beschweren uns da auch immer drüber wenn wir das haben also host wechsel jetzt die hosten jetzt einfach und fertig meine güte naja hat mir schon geschrieben der digga ja dann sind immer schneller machen jetzt hier wenn ich sag mal so wenn wir uns 200 ping haben beschweren wir uns auch immer ja aber wie gesagt dann kannst du nicht einfach sagen das ist mir doch scheißegal kannst du nicht machen ist schon wer drin ne den bots alter ich jetzt ja was sollen jetzt herkommen hier ey warte mal wer ist denn drinnen warum bist du schon drinnen ich bin auch schon drinnen und den fehlt noch ich fühl mich jetzt auf den host du willst du verlieren oder was ey komm aber ich sag mal so als die killcam hatten hat es für keinem geleckt und die haben mich gejoggt mit zwei schüssen kommt noch einer hier rein von denen oder was ja die haben einen tv da war grad da war grad seit kenan drinnen der ist nicht bei denen ne 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 ver ne 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 die kann doch mal starten langsam siehst du notfalls fertig denn es zu spitz jetzt mitte solch über diesen hohen panzer daraus kann zu machen ja alle dann geh du mal bitte weit ich kenne theoretisch weit gehen aber ich muss auch schon mitte gucken und ich bin dann zu spät da wenn ich weil ich weit kommen können kann ich dir ja kommen dann kannst du ja wieder rotiert diese selbst zu camp und einer chillt auf dem tank werde ich erst mal ziehen hier du meinst jetzt im angriff verteidigung weit oder jaja natürlich geht kann du musst nicht weit gehen kannst auch dann u gehen ich würde ich würde das halt wieder so wie gestern spielt von u aus ob tank down ja mann oben ist wieder einer position nach der protest hast du schacht schacht gucke ich ich habe einen einer ist einer ist eine ist eine ist eine ist eine ist eine ist eine ist unten tun habe ich einer für die bricht beide beide hat hat blue ja dann letztlich für die bricht letzter bricht geht hoch green Der geht bestimmt auf A, hast du A? Jaja, ich guck auch, dass du da triffst. Der ist immer noch cool, hab ich gehört. Ja, Kalle, das hat total geklappt mit Top Tank, der Spot, wo ich eine OGD gesehen habe. Ja. Guck, ah ne, okay. Der hat mich so, hey. Das ist halt das Problem, wenn ich da halt weit gehe, ne? Lass doch weit offen, Digga, ich seh doch weit von, oh, ich seh doch, wenn was durchgeht. Ja, okay, dann kann ich das auch. Sonst spielen wir immer eine Unterzahl, weißt du? Oh, diesmal war nicht so. Einer ist der Weg vom Panzer wahrscheinlich jetzt graben. Cool, den hab ich, cool, den hab ich. Mite, mitte, mitte, mittelstabler. Oh, oh. Habt ihr was Schacht gesehen, Jungs? Ne. Schlafen unten, schlafen unten unten. Ist da unten. Da hat noch eine OU, der geht zurück zu A. Oh, Scope, oh man. Ne, muss weg, Alter. Klick, Jungs. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fuck, sorry. Bombe ist down, Jungs, ne? Chill, bitte. Einer ist bei, äh, außen green, bei diesen Erhöhungen. Chill, ja, lass ruhig kommen, lass ruhig kommen. Ja, ja, ich würd's nur sagen. Einer ist on bomb, on bomb, Jungs, im Schacht. Der ist hinten bei Bridge. Oh, uuuuhuuuhhhh. Ah, fuck. Ja, letzter. Kann den nächsten Mal. Peak da nicht und schieß einfach das Fasta tot. Mhm. Peaks gegen den Scoper, der im Scope steht Na du dreckiger Gammler Wir können noch mehr auf die Pistole packen Äh Anscheinend wurde der von Elite abgebrochen Ja, ich will das jetzt nicht wissen, Digga Ja, okay, sorry Warte schon nachher Ich hab weiter Blick Ja, mal ein Ja, halt mal drüber, ich geh durch Noch einer Mitte Ja Oh Mann, was? Ander... Oh, hat mich Andergrund Kommt der durch? Nein Scope ist One-Shot-Mitte Ja da Hab einen gestern Auf jeden Fall Noch ganz hinten Äh, Digga ist wieder an der Tunnel Einers Fenster hier, Little Room Ja da Hab ihn Bin One-Shot Der ist bei B Oh mein Gott Scope ist dead Alle bei B Letzte Was? Jungs, einer von euch Ich sag grad, ich geh nicht weit Ihr sagt, ja ja, wir haben weit so oder so Wenn wir da stehen, ne? Da kommt einfach einer durch White Ich hab aber gecallt, dass ich rotiere bei A offenbar Achso, das ist White oder was, wenn man jetzt gerade ausguckt bei euch? Ja, wo das Fenster ist Ja, okay, weil das hab ich gerade mit Little Room benannt gehabt, deshalb Kam wahrscheinlich der Call bei dir nicht an oder hast du es nicht mitbekommen? Alles gut Ich werde jetzt kurz cross gucken, Kalle Ich bin jetzt nicht direkt bei euch, ne? Ich werde jetzt ins Go-Port ziehen Ich zieh gleich Bridge vor, Jungs Yo, mach das Scope liegt da unten Scope hat mich bei White Unten Mitte, Stablau Ja, da Mitte, hinten Oh, einer Oh ja, mit hat mich Einer ist noch an der B-Bammut Da hält der Glitch noch einer In den Pattons noch einer Äh, Green oben Digga, wo steht Ach, da steht noch ein Red drinnen Digga, du warst ja komplett drauf Ja, ich spiel's die Mitte offensiv mit MP Weil ich kann da relativ nicht allein durch Ja, das Ding da Er schießt durch'n Panzer Wer macht denn die A-Seite? Wer macht denn die A-Seite von uns? Ah, keiner grad in der Verteidigung eigentlich Mach ich die jetzt? Da mach ich die jetzt, Kalle Du bleibst da wo du bist Ja, denn ich spiel's mit dir, ne? Ich geh jetzt auch in Schacht rein mit, halt so Pushe in der Defense jetzt nicht so weit vorne Bleib bitte ein bisschen hinten Ich kriege nicht zu pushen gegen Leute, die nur rumsitzen Wird geflasht Schacht down Einer ist oben B, oben B Dennis Schacht Oh, Mitte Ja, oben B, wahrscheinlich Schacht Machst du Schacht? Ich gucke Ja, einer kommt hinten durch Ja, einer B Ja, einer B Ja, einer B Der geht voll in Flammen drauf Der geht voll in Flammen drauf Hey, Jungs Ihr könnt da nicht zu zweit im U rumstehen Dennis, du musst hier mal ne andere Posi suchen, Decker Bruder, dann spiel ich mit Dann geh ich mit Drillend, Jumbo Ja, wo soll ich hin? Weil du meintes Mitte Deshalb wusstest du jetzt hier wo genau Ja, du, ich dachte du gehst vor am Panzer mit vor Ach so, so Mitte meinst du? Ja, okay Ich dachte, aber nur Hm, reicht sie mal Ja, dann geh ich links, Digga Lass jetzt mal ein bisschen kurz warten, bis die anderen auch mal ein bisschen nach vorne kommen Mhm Ich gucke White Warte, ich gucke White Ja, dann geh ich Bridge Jo Ja, Scope steht wieder in Red Einer ist Schachtraum Einer ist Schachtraum Schachtraum durch Er ist down Schauen Ich bin oben Green drin Ja, die Hits, Scope hat Kati Er hat nur noch Kato und Zeit glitch Ja, der steht die ganze Zeit da im Arm Bitte, hat mich Bitte, ein paar Schafe noch Green 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 hab ich Larry Boah ich hätte ihn dir fast gestealt Digga, fast hätt ich ihn gestealt der scope geht nicht einmal aus dem scope ich bin geslidet ich bin geslidet deshalb war ich in crouch wie gesagt dennis jetzt warte mal dome geht jetzt mitte nähe dome geht schacht ich eher ich putsch vor dem panzer ist genau der kann zur rille ein bisschen mit eier helfen macht halt nur sinn digger wenn wir halt ja rechts von dieser erhöhung ja da rechts ich hab ein bisschen mit a jetzt jungs noch eine noch einer reis einer schacht habe ich letzter jungs immer richtung a drin der geht wieder hoch bin ich baute na 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 Doch, ne, ne, die Schatten. War klar. Ich hab ihn gesehen. Nice. Der dreckige Gammler, ich weiß ganz genau, dass er da hinlegen wollte. Ich wollte, ich dachte eigentlich, Digga, okay, er wird doch noch auf B legen. Ja, aber ein Wunder, das sie überhaupt gelegt haben. Digga, der im Schacht, der kriegt jedes Mal so eine A, der versteht das nicht, der kommt immer wieder. Ja, ist doch gut für dich. Ich konnte am Anfang nicht helfen, weil ich sonst leider abgeschaut habe. Ja, der hat mich leider bekommen, Digga. Ja, mit Scheiße. Go, Jungs. Le, 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 let's go. Relent, lass die wieder auseinandernehmen. Die stehen aber zu dritt im U hinten, ne? Ja, ja. Da ist einer, pass auf, da ist einer. Ja, und oder? Green. Ja, ja. Schönen guten Sender. Ja, ich weiß. Aber auf den links hat, der läuft schon nicht gleich weg. Green hat mich ja. Ach, Mann, ne. Das Kopp hat mich, ist der Double chest. Nice. Wuuuuh, alter, geil gemacht, alter. Ich suchte mal nicht alles zu challengen, ne? Ich hatte wie gesagt, ihr müsst da irgendwie gucken, dass jemand noch mit dem Smoke oder ich mit dem, dass ihr mal da vorne smoked. Ja, ich smoke jetzt nächste Runde White, Digga und geh weiter rein, Digga. Ich pushte jetzt dagegen. Ja, weil wenn da, ne, in der Mitte rin, soll ich dann smoke? Ne, Bomber kannst du mir smoke, weil ich spielst dann, Digga. Ja, ihr müsst nur mal euren Mund aufmachen. Kannst du mir nächste Runde smoken? Ja, aber. Wo smoken? Mitter White, for White. Mach ich's, mach ich's dir, ja. Dann renne ich da B-Long durch, Digga. Jo, krieg mal hin. Ich geh's mal nicht schaffen, ich geh mal oben. Einer ist, äh, Bridge oben. Jo, Queen unten da. Habein. Mach ich's. Habein. Habein. Das war da. Bin bei den, bin bei den spawnen. Kann einer ein bisschen, äh, kann einer Dings absafen? Letzter. Ah. Ich geh mal auf A, Jungs, ich geh auf A. Ich wusste's. What? Ja, ist eh der Letzte. Ich bin gleich fertig, Jungs. Ich bin fertig. Ich bin im Spawn, der, da. Der hat mich nicht mal mitbekommen, Digga. Der hat mich noch nicht mal mitbekommen. Ja, aber bei vier Leuten, Digga, würde ich doch zumindest mal gucken. Sehr stark. Ja, ich bin jetzt drei Runden durch den Schacht, jetzt bin ich einfach mal oben rum. Ja, aber wie gesagt, du smokest mir, ja? Ja, Mann. Ja, Mann. Ich bin jetzt mal die Mitte an der Bombe smoken und wir rennen beide links durch. Willst du die Smoke umbombombombe oder willst du direkt vorweit haben? Nein, nein. Vorweit, du. Direkt vorweit, Digga. Sag mal, wenn du so weit bist. Ich kann's schmeißen, Digga. Let's go. Geht. 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 Einer wird rechts, Panzer, ist durch. Green hab ich, green hab ich, green hab ich. Einer ist hier, ohne Britsch drin. Einer ist hier, ohne Britsch drin. Einer ist hier, ohne Britsch drin. Ey, Britsch, Britsch. What? Britsch, ich glaube, irgendwo noch. Klick, Jungs. Immer noch vor Britsch. Äh nein, oben green jetzt. Schacht, der letzte Schacht. Geht wieder raus, der kommt raus. Oh. Meine Aim, Digga. Jungs, nochmal 7-3. Schön, boys. Warte, meine Aim war grad mega scheiße. Oh, das funktioniert dumm. Ja, wenn du das vielleicht mit den Rillen oder so machst. Mit, äh, mir oder Lizard. Je nachdem, Digga. Bei mir war's halt jetzt Risiko, Digga. Wär ich drauf gegangen, ne? Ich hatte Bombe. Ach so. So, ist jetzt vorbei. Ey, ich bin aber auch losgelaufen. Fünf Minuten? Jaja, ich schreib hier. Bin aber auch losgelaufen, Digga. 11. wir spielen alle maps durch jungs super ich weiß nicht was andere hast ich hab mir gerade gelegt ich hab mir gerade gelegt das ist doch Müll ich hab trotzdem auf den Sack gekriegt ich hab auch nicht gebracht das zu wechseln ich hab auch gleich dabei bleiben können aber das ist immer so bei MightyAns alle die weg und oben rum gehäust ja aber es gab mal ne zeitlang wo mein auszüge scheiße war oder hatten selbst wir probleme wir haben 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 dann kommt noch ne du bist noch drin was wärs drühe du bist doch noch drin jetzt ja jetzt spielen wir ja ihre maps die spielen ich weiß es gar nicht 16 stets ich bin nie wieder gegen monstiger ich hab mir vorstellt wer lizard noch oder tim dabei ist ja gut aber den spieler ist auch nicht schlecht warum fliegen denn hier die leute alle raus dicker das seh du der dummes ich bin auch rausgeflogen so bin wieder da aber das ist perfekte beispiel die spiel in so begsitten jetzt ist mir kalt vom bau und dem spiel mitte verteidigung spielt blind und bomber mitte denn es spielt auch mit der aber defensiv und guckt richtung b street außen und ich und kalle spielen verteidigung erst mal a kommt ihr darauf an wenn die noch wenn die zu führt auf auto bekommt dann stellen wir noch ein und angriff geht rillant und ich rolltreppen und kalle geht aus mit bombe und ihr beide spielt mitte müsst halt gucken dass da keine rolltreppe auch kommt so soll ich dann bei dings in diesem raum schön oder wo sich dann hin wo du kannst weißt du weißt du wo die mitte ist da wo du normales b flagge wäre ja da gibt es doch sohn von unserem sport aus so und weißen so mit weißer mauer drumherum hast du mal zu sagen diese kleine treppe wo man dann sozusagen hoch geht es euch da kann auch richtung auszeit street gucken okay dann ja alles klar und wenn du spielst mit bombe verteidigung mit kann es dann je nach gucken wenn ich konnte dann wenn es agor wird dann kannst du auch direkt die rolltreppen hochrennen und bomber hält dann die mit solchen angriff gehst du mitte mit bomber aber ihr müsst halt gucken dass da wirklich keine rolltreppen hochrennen jetzt sie werden da auch abnehmen ich weiß ich bin da eigentlich so warum spielst du hier als mp spieler nicht mit so weil ich als mp spieler keine mitte spielen kann wenn ich pushen muss auf a sonst sonst können wir die bombe ja nicht mal richtig legen meine verteidigung mein freund warum soll ich verteidigung da spielen ich bin ich bin da viel besser wenn die mich mit smoke pushen mit der eier kann man super die mitte spielen ja ist okay junger du pussy komm doch her dann kriegst du den schlag ab kannst du dir mal eine bombe aufholen alter können wir starten oder ich hab schon gesagt go die machen jetzt taktik jungs wir müssen muska anders spielen wir müssen wir noch mehr ab gegen solche gegner doch einfach nicht dumm pushen außer man macht halt im team einer fällt noch bei denen was was die sind doch schon so so ist so mein scho die gewahrerin warum bist du gerade so laut was ich bin laut vielleicht ganz normal er passt aber ist nicht schlimm du hast dich gerade noch ein bisschen laut dann ja verteidigung hellen spielst du sind wir warte mal ich habe doch gerade alles gesagt ja ich sehe es gleich ich weiß meine posi ich wollte jetzt bloß wissen durch durch die mitte kalle ich weiß meine posi Wollen wir spielen erstmal zu zweit, ne? Ja A.K.U. auf Goldstein 26 Wer übertreibt? Zum Nazi Hi Gehst du vorne Hedlitch, oder? Gehst du Rolltreppen? Die Rolltreppen Okay, dann gehe ich Hedlitch Einer ist schon durch Den ist nischt Hab ich Rolltreppenrollen durch, Rolltreppenrollen durch Rolltreppen Soll ich Rolltreppen hochkommen, oder soll ich hierbleiben? Rolltreppen sind zwei Stück, man Ja, easy, Alter, jetzt geht's voll los hier Feuerwerk Ich glaub, wie schnell waren die Oh, ich hab mich eigentlich Gegner gesehen Ja, Joda Erstmal, wo du mit dir auflässt, hab's selber Pech Kein Backup-Spieler auf, gar nichts Oh nischt Mach mal Argo, Jungs Oh nischt Junge, let's go Bumbo, ich lauf dir ein bisschen hinterher, ne? Ja, du löst von rechts, ich von links Okay Okay Bitte, wenn sich der Rechts ist einer Du, Scope ist links Und einer Ich hab' ich, rechts down Bin down Und ich guck mal, dass er nicht von hinten kommt, Becker Pass auf, der Scope steht im Hardscope, du immer Oh, die Bombe liegt jetzt kacke Oh ja, über den Backup-Spieler Oh, sorry Ah, komm Alter Stairs Schade Ja, ey Ja, ist halt immer RIP, ne? Das ist halt die ganze Runde verloren, wenn du da stirbst aus Na ja, was soll ich machen, Digga, er steht da voll im Hardscope, Digga Ja, Digga Er war das halt wirklich Aber Digga, wie weit hinten der war, ich dachte, er wäre zu uns ganz vorne, bei der Pflanze Jetzt, jetzt hast du es gesehen, jetzt weißt du in den nächsten Ja, ich smoke den einfach nächste Runde weg, alles gut Das war mich headglitch, Kalle, unge, du onbomb, Digga Die campen nur hinten rum, ich kann da nichts ziehen Ja, da bleibe ich hinten an dem Raum stehen, Digga Ja, ja, ich geh headglitch Die smoken uns komplett weg, Jungs Ja, ich geh direkt mal roll Zwei Bei den Rolltreppen, noch einer vor den Rolltreppen Backup Oh, Backup hat mich, Backup hat mich, oh Das ist ein Rischwein, geh, Alter, 1, 2 Ich hab den grad Hahahaha Was steht, Digga Ich hab den grad voll in 360 gegeben, Alter Ich bin da, K.U. Und du, Junge, Alter Nö, 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 nö Nö, 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 nö Nö, 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 nö Du droppst aber auch anders mit deiner Waffelträger. Was lauchst du? Der hat einfach Aim, der schießt nicht auf den Fuß. Alles gut, kommt. Let's go. Das ist jetzt der erste Map, wo ich was dropp. Die anderen Maps habe ich Minimum 5 und 2. Achso, okay. Naja, die eine. Gehst du wieder Dings? Jungs, ich brauche mal einen Kill, ne? Ich will jetzt hier nicht 0-1 stehen. Oh, hinter B habe ich. Oh, ich bin One-Shot, dumme. Rolltreppe kommt was. Ich gehe aus dem Rennen mit hoch. Egal, ich fliege keine Leute nach. Junge, Rilland ist okay. Ist okay, Rilland. Du und Dämpel, mach das schon. Du brauchst uns auch nicht, ja? Darf ich einmal eine andere Position halten, wenn ich einen Kill mache? Danach kein Problem, Bruder. Du kannst kein Bond mehr machen, Digger. Ja. Ja, gut, aber trotzdem. Trotzdem, der erste 0-1 sieht auch nicht so sexy aus. Ziehst du jetzt einfach mal links durch, pass auf den Headcatch hin, öffn in der Mitte. Und ich ziehe rechts durch. Ja, ich wette, ich wette, ich sterbe wieder. Ey, vielleicht auch nicht, Jungs. Smoke links wieder, Jungs. Und Flasht. Oh, bitte, hab ich hier. Hast du ihn? Scope ist hinten, pass auf. Wow, da stand ja. Ja, okay, 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 okay. So, find'n im Spawnock da in der Mitte. Das ist mega, das ist Low-Hulk. Schläge, Jungs. Wer kommt runter? Bitte die, bitte die, bitte die! Der hat ja verfolgt die ganze Zeit, Bomber, ne? Boah, push ihn bitte, dann krieg ich ihn und es ist. Nee, nee, nee. Ich hab's gesehen, du bist Schwein, Alder. Ich hab's gesehen. Ich hab, ich hab aussehen gegommelt, Digga. Jetzt schieb ich 0-2, halt dein Maul. Das passiert schon wieder. Digga, ich seh' noch, der ungedruckt. Ja, das ist jetzt, der ungedruckt. Aber wie diese Pistols droppen, das ist nicht mehr normal, Alder. Dennis, jetzt mal positiv. Zehner, Zehner-Streak, Jungs. Ich wär' froh, wenn ich mal nen Gegner sehen würd. Ich steh' 2-1, Digga. Bei 5-1. Ja, Digga, ich steh' 0-2 bei 5-1. Auch nicht geil. Mit Zehner-Streak. Mittelscope, Mittelscope. Oha, Alter. Habe ich, habe ich, habe ich. Mittels auch noch einer, Mittels auch noch einer. Scope hinten. Der ist in der Bus. Die sind zwei, zwei bei A. Über B, über B, über B. Ja, über B. Die sind hinterm Bus beide rechts. Ja, der zählt noch im Spawn. Oh, oh, oh. Ich hab' den einen gehört und dann holt mich der andere. Ruhig. Schade. Aber korrekt, natürlich 1-3. Kein Problem. Kalle, du warst auf ne 25er und nicht auf ne Dings. Oder wo? Du warst grad ein Bug. Nein, jetzt mal no joke. Du hast ne brutale Killer Visitenkarte. oder Brutalmedaille. Ja. Lass mal B machen, lass mal B machen. Ja, ja, ja. Jiga, der ist so lost. Drinnen, der ist lost. Egal, let's go. Anzeige bug gewesen, Bro. Ja. Ja, glaub' ich auch. Oh, einer über der Mitte. Dead. Einer ist noch an dem Headclitch, Jungs. Habe einen. Wir gehen auf die Welt drauf, Jungs. Oh, stopp. Scope hat mich hier. Links. Schwer, schwer. Zwei Leute in der Mitte. Der eine hat mich bekommen. Oh. Der eine ist der Scope. Super. Komm. Zeig dich. Komm. 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 Danke dir. Der ist One-Shot-Dome. Zwei auf eins. Oh, der ist außen. Ich hasse es. Ah, Mann. Ich hab trotzdem schön gespielt, Dome. Ja. Ich hab halt gedacht, Digga. Na. Dass der nicht nur A2 sind, Digga. Ich dachte, da ist nur einer. Ich hab gedacht, der ist down, Digga. Am Bus. Deswegen werd ich kurz nachladen, Digga. Ich hab ja auch einen da gezogen, Digga. Das versteh ich gar nicht. Ja. Ich versteh gar nicht, warum du den jetzt gepusht hast. Aber ja, egal. Digga, der ist nämlich droppt. Ja, das ist auch okay, Digga. Ein kleiner Zweier-Streak, Digga. Der kriegt von mir jetzt nochmal einen Phil-60. Let's go, Jungs. Komm. 7-3. Ich hab eben Phil-60 sogar gegommelt, Kalle. Das Ding ist, bei mir ist der Typ auch hier gerade einfach nicht umgefallen, ne? Guck mal. Alles gut. Heißt, was ist alles gut? Da will ich bitte. Der ist einer durchdome oder? Hab den. Jeb. Babi ist down. Jungs, lasst mir 3 Kills bitte. Wieso, was hast du denn? 20, okay. wo du machst einfach ein ace bruder so weißt du so bleiben jetzt einfach alle im sport stehen und warten dass du sein macht machen a jungs karl smog mir wieder ich kenne diesmal zeit ist er es ne aber ein aber ein gestand eine schi direkt anbomben erst der schwelle treten 2000 büro ja zwei sind büro dame Zwei Harry ist hinten bei den Treppen, weil ich spawnen noch Oh mann Meine Fresse Oh ja, ein Bamm Letzer Nice Schöne, Alter, schöne Fresse, Alter Wieder 20 gechokt, Mann Kotz mich das an, ey Haben wir jetzt jeden mit 7-3 gewonnen? Bis jetzt? Ja Eigentlich haben wir auch einen CW-Aufschlag gewonnen Ja, wir spielen aber alle im Maps Ja gut, das ist ja was anderes Ne, ich hab extra gefragt Es gibt doch welche, die beenden einfach Ach, Laber Das ist bei der CGL so Ja, ich weiß Das hab ich mitbekommen inzwischen Dass es mal nicht mehr zu Ende spielt Und sobald 21 Punkte erreicht worden sind Zu Ende ist Aber ich dachte jetzt trotzdem Dass man dann trotzdem weiter spielt So normal wie davor immer Dame 18-5 Ich ist 17-6 Ja, Mann Und Dennis sagt vorher den Rucksack What? Halt der Maul Was? Was? Also erste Runde war komplett Rucksack Zweite war ich da in der Mitte Und jetzt bin ich unten, Bruder Mal gucken, jetzt muss ich eigentlich wieder oben sein Die sind so Narrativ starten So von der Nehmer irgendwas Wir haben keinen Bock mehr, länger Irgendwann du scopes jetzt hier wieder, ne? Äh, Kalowin? Ähm, du gehst auf Catwalk Du gehst Catwalk Ja Soll ich Catwalk durchpushen und soll ich warten? Nein, ganz auf Defensiv spielen Okay Bomber, du gehst mit auf B Du gehst mit auf B Und ich geh mit Scope auf A Beide? Beide? Sowohl Verteidigung als Angriff Catwalk? Jaja Okay Und Kalowin, du weißt Kalowin, du weißt Verteidigung bist du A Mh Ach, so würd du sagen oder so Gut Sehr schön, Jungs Sehr schön Und du, jetzt möchte ich mal bitte so ein CW Grund hier zu sehen Wie vorhin bei dem Typen im Livestream Du pusht einfach vor Machst einfach ein Ace Machst einfach eine Nutsch Dann gehst du her Aber die M4 droppt schon anders gerade wieder, ne? Keine Ahnung warum, aber Bis jetzt war Moskau die Map, wo ich am Städtischen Eich immer abgeschlossen hab, Digga Jetzt war ich fast eine 20, Digga Das ist echt unlogisch Go Boys Das ist gut Das sind zwei Stück Jungs Das sind zwei Stück Jungs Da werden, ne? Jaa Jaa So, Failing Backup Hat mich außen rechts, ist hoch gekommen, bei uns im Spawn jetzt Catwalk Nein, er feimt Neiin, so catwalk Er hat sich hingelegt Er wird bestimmt mal aus dem Fenster kicken Ja, no time Schaffst du nicht gut Dass der Schuss wieder nicht drauf haben, auch wieder lächerlich Komm mal, bist du noch da? Ja, ja, ich bin da, also was ist los? Ja, weil dein Callout nicht kam, deswegen Äh? Klar Nein Was? Deswegen hab ich gedacht, Digga, du hast Probleme Du bist gestorben, es kam nichts Äh? Okay Ego, Jungs Kommt Ich guck, was rollen, ne? Pass auf, Digga Jo Ich lauf rechts, oder ne, ich lauf links vom Tank Ja, einer B in Room Bitte, hab ich den B? Schwer, hab ich den bitte? Noch zwei B in Room Komm rein, blende, blende, komm Oh, outside B Ab den Ab ein B Ab ein B Oh, B! Kein Druck Schön Schön, Jungs Bin da auch mal irgendwann durchgegangen, ne? Komm, diese Königs, dann müssen wir Bon schicken, Alter Bis jetzt steht er noch 0-2 Ja, Sunny aber auch Sunny aber auch Sunny aber auch, ne? Die ist TV Ja, von Dash TV Achso Keine was Die Smoken wieder A Ja Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe Ja, A, die machen nur A, Goose Gefühlt On-Bomb, schade Danke, Hilfe, auf On-Bomb Weg Back Uh, aufm Container, und Back Der kommt hoch Ach, na, zu spät Der ist aber one shot hinten an der, hinterm Container Achso, das ist D Sorry, Jungs, aber ich kann da auch nichts machen, Digga hab ich da gefühlt zu dritt ab soll ich mitkommen sonst ich komme auch nicht so schnell runter da ab b go jungs was machst du ja eigentlich einer ist in der little room drin, bin weggescooppt worden bei catwalk noch einer b in room noch ein 2 b drinnen ob man warum gehst du eigentlich an den headclitch digga da stehe ich naja das kann ich so nicht wissen wo du sagst wenn wir doch b gehen alles gut push du das nächste mal ein bisschen mit drill im panzerfond go go machen let's go wenn die jetzt noch mal machen kriege ich hier ein raster ja also hab ich ja einen mit der headgoat oder sogar zwei auf die ich geh rum 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 hab ich hab ich hübsch Aber du bist auch am rumhoppeln, Alter, ne? Wie heißt es? A machen, Jungs, wir machen A. Guck mal, du guckst jetzt ein bisschen mit Mitte und du machst Backup. Dennis, geh mal, du mit auf A. Ich mach kurz. Mach du mit Backup bitte, ich guck Catwalk kurz. Jo. Unbelegt. Ah, eine Mega-Low bei B. Bei wo, bei wo? Ventura kommt über Catwalk oder den zweiten Raum. Hab ich. Kein Problem, Jungs. Der ist hier gerade reingefallen, Dinger. Dürren rasiert. Oh, da sie dich dann nochmal pieken, verstehe ich nicht. Achso, es ist... Das ist Live-Duell. Willst du uns Catwalk bleiben? Ja, lass mal mich Catwalk bleiben, geh mal du B außen. Wo bist du? Wo bist du? Okay. Was hast du dazu gesagt, Jungs? Einfach besser. Ja. Desnode wieder. VB, VB. Den hab ich. Den hab ich. Den hab ich in der Mundshot. VB. Zwei Leute vor uns sind. Äh, ja. Zweiter und Bomben. Mitte dead. Letzter ist VB. Einer. Was ist der letzte? Noch ein One-Shot-Panzer. Geht garbage. Bei dir, Doma. Huuuuh. Alter, eins. Was passiert, Digga? Ich guck immer den falschen zu. Der so ein Quickscope, Digger. Der so ein Quickscope, Digger. Der so ein Quickscope, Digger. Ja, den ersten On-Bomb hab ich heute geholt bekommen. Noch durch den Rauch. Aber geil gemacht. Und geil gemacht. Aber bei Jungs, warum spielen jetzt eigentlich so viele Waffen ohne Griff, Digga, ne? Auch hab ich heute beim UGT gesehen. Wir machen B. Spielen echt viele ohne Griff, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sechs Oben? Keppau. Ja, Digga, ich komm noch nicht zum Legen, Jungs. Ziem nicht mehr den Gegner gesehen. Oh. Jungs, die machen jetzt bestimmt A. Welche Waffe ist das? Die AKU, okay. Jungs, die machen auf Ansage, machen die jetzt A, Jungs. Safe call. Ich komme zu dir. Ne, ne, ich sag, ich fühle das, Digga. Die haben jetzt zweimal B probiert und sind nicht draufgekommen. A, sag ich's doch. Scope down? Ne, einer, doch, Scope down. Was ist das denn? Eine auf dem Container. Los, Scope. Scope down, hab ich. Und rechts und rein. Ah, outside, Brudäne noch. Der ist vorne, ist One-Shot. Chill, chill, chill. 2-1 kommt. Blitzer. Nächster. Hab ich's nicht gesagt, die wir in A machen? Ja. Diesmal hab ich aber auch Scope Ball gekriegt, Digga. Boah. Ah, der Krieg ist auch anders gut, ne? Ja. Also ich mach auch straight, Alter, so. Machen A, Jungs. Mach wieder Backup, ne? Smoken, bei Panzer. Einer ist, äh, oben. Ab. Bomb ist down. Die kommen über Panzer, zwei über Panzer, beziehungsweise B. Ab ein. Tank. Noch einer mehr Tank. Tank hab ich, Tank hab ich, Tank hab ich. Guck dir auf die Bombe, guck dir auf die Bombe. Ich hab Bombe, alles gut, chill. Einer ist am Container. Ab den. Ab einen an der Bombe. Ausgub. Einer ist anbomb gleich. Nein, nein. Ja, oh man. Ach, Digga. Oh, ein Ausgub. Erster, erster Noscope mit CW, Bruder. Vier mal sieben, drei, Digga. Holy shit, tut das weh. Nein, Digga, du hast einen Noscope von mir kassiert, Bruder. Nein, der hat kassiert. Den meinte ich, glaub ich, sogar den gerade. Alter, 28,2. Ja, den meinte ich mit on-bomb. Ach so, alles gut. Weil der war halt, den hast du ja gerade in der Kirchheim gesehen, on-bomb. Die sollen schießen, Lügen. No Front. Ja, läuft doch, Jungs. Schön gespielt. Ja. Ah, jetzt war ich wieder Mitte. Guck mal, ich war wieder Mitte, ja. Ich hab mir gerade noch meinen Noscope gegönnt. Mal sehen, ob sie das bei uns so hochladen. Die haben ja auch einen Youtube-Account, ne? Die werden ja auch einen Youtube-Account, ne? Die werden nie wieder ein CW annehmen, Digga. Soll ich mal jetzt mal streamen aus? Ich bin dann erst drauf, ne? Ciao. 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 Ciao.